Der FC Bayern München hat in dieser Saison unter Hansi Flick alles gerissen, das Triple geholt, unfassbar gespielt. Und guckt man aber auf den reinen Transfermarktwert, also wie viel die Mannschaft wert ist, da sind die Bayern gar nicht so weit oben, also schon weit oben, aber nicht auf Rang 1. Es gibt vier Mannschaften, vier Teams, die mehr wert sind als Bayern München. Also erstmal auf Rang 5 sind wie gesagt die Bayern mit 912 Millionen. Auf der 4, und da sieht man wieder, dass Geld keine Tore schießt, ist mit knapp einer Milliarde der FC Barcelona. Der FC Barcelona ist also mehr wert als die Bayern, obwohl sie 8 zu 2 gewonnen haben und eine viel bessere Saison gespielt haben. Da sieht man, ja, diese ganzen Marktwerte sind eben auch nicht alles. Auf Rang 3 ist Liverpool mit 1,03 Milliarden Euro Marktwert, Wahnsinn. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, gegen Atlético sind sie rausgeflogen. Auch da sieht man wieder, Geld alleine entscheidet da nicht alles, wobei in der Premier League sind sie natürlich alles wegrasiert haben, das ist natürlich auch ganz klar. Auf der 2 ist auch ein Premier League Klub und zwar Manchester City mit 1,07 Milliarden Euro Marktwert. Auch das ist unfassbar, nochmal einen Ticken stärker als Liverpool. Und auf der 1 ist, das hätte ich nicht unbedingt erwartet, Real Madrid mit 1,08 Milliarden, also noch ein bisschen mehr wert als Manchester City. Also da sieht man, ja, dass es vier Teams gibt, die mehr wert sind und alle vier sind sportlich aktuell deutlich schlechter als die Bayern. Dementsprechend, ja, sieht man wieder, das Geld eben nicht alles ist. Natürlich viel, natürlich viel und vielleicht in der Spitze ist auch nicht ganz so der Unterschied, ob du dann nochmal 100 Millionen mehr wert bist oder nicht. Aber trotzdem, die Bayern haben mit ihrem Kader Unfassbares geleistet, muss man sagen. Auf der 6 übrigens, hinter Bayern, ist auch interessant, ist Chelsea direkt, hätte ich auch nicht gedacht. Danach kommt Paris Saint-Germain auf Rang 7, auf der 8, Atlético Madrid, auf der 9, Manchester United, auf der 10, Tottenham Hotspur. Zum Beispiel Juventus Turin ist auf Rang 13 nur, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Borussia Dortmund auf der 14, ja, Arsenal ist mehr wert auf der 12, also sind ganz interessante Daten, die man hier hat. Und wie gesagt, die Bayern sind nur auf Rang 5, aber das sagt nicht alles aus. Eure Meinung in die Kommentare, liebe Freunde, hättet ihr das gedacht, das gewusst, haltet ihr es überhaupt für richtig oder nicht, schreibt mir das rein, klickt in die Mitte, kommt ihr zum letzten Video. Gibt es eine hoch spannende News, liebe Freunde, Lewandowski hat sein Schweigen gebrochen und geredet über den Weltfußballertitel. Wem er den gönnen würde, klickt in die Mitte, findet es raus, wir sehen uns später wieder und denkt, haltet der Ball richtig flach. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.